In diesem Video geht es darum, wie du einen Leitfaden für ein Erstgespräch erstellst. Du hast so etwas vielleicht noch nie gemacht, ein Erstgespräch, und bekommst hier die Anleitung dafür, natürlich auch mit einem Beispiel. Mats will sich für ein Praktikum bewerben. Und dazu braucht er einen Leitfaden. Er weiß nämlich nicht, wie das geht. Mats möchte in einem Schuhgeschäft in der Stadt arbeiten. Denn er liebt Schuhe und er verkauft gerne, er arbeitet gerne mit Menschen. Vor seinem Erstgespräch hat er ganz schön Schiss, weil er das noch nie gemacht hat. Er stellt sich viele Fragen. Was ziehe ich an? Was sage ich? Wie verhalte ich mich? Wie mache ich das alles richtig? Dafür ist ein Leitfaden sinnvoll. An dem kann er sich dann orientieren. Mache dir zunächst einmal klar, was in den Leitfaden für ein Erstgespräch hineingehört. Sammle Punkte. Dein Ziel, wie du dich vorbereitest, welche Gesprächsform es sein wird, wie der Inhalt des Gesprächs vermutlich ist, wie du dich verhältst und ob du irgendwelche Unterlagen benötigst und vorbereiten musst. Bringe diese Stichpunkte jetzt in eine Struktur, also in eine Reihenfolge. Zuerst einmal dein Ziel, das ist das Wichtigste. Was willst du erreichen? Dann kommt die Vorbereitung vor dem Gespräch. Was ziehst du an? Wie kommst du hin? Welche Unterlagen musst du mitbringen? Hast du dich über das Unternehmen informiert? Und dann kommt das Gespräch selber. Wie stellst du dich vor? Welche Fragen hast du? Wie verhältst du dich? Jetzt hast du Struktur und jetzt kannst du deinen Leitfaden ausfüllen. Deine Reihenfolge ist also Dein Ziel Deine Kleidung Dein Anfahrtsweg Die Informationen über die Firma oder das Unternehmen und die Unterlagen, die du besorgen musst Dann überlegst du dir, wie du begrüßt und wie du dich bedankst Wie deine Kurzvorstellung aussehen soll Wie dein Werdegang war und was du davon erzählen solltest Du formulierst deinen Wunsch ganz klar Hörst zu Und stellst Fragen Bist höflich, pünktlich, freundlich und respektvoll Und los geht's! Das ist jetzt das Beispiel Wie Mats das macht In diesem Schuhgeschäft möchte ich mein Praktikum machen Das ist sein Ziel Ich achte besonders auf meine Schuhe Keine Belegtreter Das macht im Schuhgeschäft Sinn Er kommt mit der Linie 8 in 20 Minuten an sein Ziel Und kann jetzt so die Zeit planen Das Schuhgeschäft ist ein Familienunternehmen in der dritten Generation Es besteht seit 1940 Gut zu wissen Und er braucht seinen Ausweis, sein letztes Zeugnis Und eine vorhandene Bewertung vom letzten Praktikum Im Gespräch bedankt er sich zunächst einmal für die Einladung Dann erzählt er ein bisschen über sich Und warum er genau hier dieses Praktikum machen möchte Außerdem sagt er auch ganz klar Wann das Praktikum sein soll Und wie lange es ist Er fragt Ob die Ausbilder etwas von ihm wissen möchten Und was er tun kann, um das Praktikum zu bekommen Am Schluss bedankt er sich für die Zeit Und formuliert nochmal seinen Wunsch Dass er sich freuen würde Dieses Praktikum zu bekommen Je nach Thema und Ziel Kannst du den Leitfaden natürlich anpassen Auf www.reimannhöhn.de Gibt es noch mehr Beispiele dazu Dieses Video ist von lernförderung.de Und wenn es dir gefallen hat Dann gib uns doch ein Like Schreibe etwas in die Kommentare Und abonniere unseren Kanal Und wenn du Fragen hast Dann kannst du das natürlich auch gerne Hier unten in die Kommentare schreiben Viel Erfolg beim Erstellen Deines persönlichen Leitfadens